Und willkommen, ihr imaginern Identitäten, dieses weltweit verbreiteten Netzwerk namens YouTuber. Ich bin mit meinem Stuhl gerade eben an meinen Tisch gestoßen, aber das ist ganz egal. Spannloten alle, die abstauben, sind immer egal. Wir spielen heute wieder ein anderes Kit, und zwar den Wizard. Ein Kit, wie man schon sieht, mit aufweisen Tränken. Gott. Oh, die sehr großen Blätter sind schön bei diesem Pack. Wir haben immer noch das Rabauken-Pack verlichtet. Und jetzt direkt hintereinander ein paar mehrere Folgen aufnehmen werde. Und, naja, bei der nächsten werde ich es mal wechseln. Und dann sehen wir weiter. Wir haben in der Anfangskiste mal wieder nichts bekommen. Aber das ist mal wieder typisch. Dafür haben wir acht Level. Und der hat das Glück. Dass er kein Glück hat. Aber ein Pfeil würde mir nicht wirklich viel helfen. Höchstens mit einem Unendlichkeit-Bogen. Aber ich bin kein Ungeheuer und den habe ich nicht. Ah, toll. So. 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 kommt denn hier ich hoffe mal nicht sonst wäre es ein tod es könnte aber nämlich mein tod sein deswegen hoffe ich nicht für ihn er ist nicht schlecht ausgewichen egal den krieg ich trotzdem geschissen ist ungeheuer das hat hier auf dieser wassermap viel zu viele vorteile deswegen regenerationstrank rein und wie es aussieht kann dies ungeheuer nicht zielen und da kam auf einmal stand da jemand und habe ich mal ganz schön getötet der wizard nein ich habe alle meine gift aufgebaut das habe ich getan aber egal wie dafür haben wir ihn weg gehauen ich habe noch meine direkt schadenstränke das ist nicht schlecht ich bräuchte noch eine hose kann mir aber nur so einen helfen so zu machen habe elf pfeile das ist nicht schlecht brauchen essen in der leiste so also der wizard ist wirklich ein krasses kid man hat auch gesehen eigentlich hätte ich mich mit den tränken komplett selber töten müssen aber nur ein wizard kriegt keine negativen effekte von schaden aus aber direkt schadenstrank macht haben die leider nicht ausgemacht jawohl nicht so also ich 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 jawohl ich habe beide weggehauen nein egal ich habe beide weggehauen schärfe 1 was kann ich mir kraften eine eisenbrust nein dafür habe ich nichts bekommen von dem ich habe meine regierung weggeworfen egal man es hat sich gelohnt und jetzt werde ich erstmal ein schwert auf schärfe 7 verzaubern so auf 8 meinte ich weil auf 8 kann man schärfe 1 naja das war jetzt wohl eher kräp du equipst dich nicht mit dem zeug das ich eigentlich geholt habe nein freundchen das tust du nicht nein der hat sich tatsächlich verdreistet mit meinem zeug sich zu enorm man egal die runde war mega geil hätte ich bessere quip gehabt ich hätte ihn weggeklatscht tja schade ich hatte nur noch zwei hits glaube ich gebraucht egal ich sehe wir sind nur bei sechs minuten 50 deswegen werde ich gleich noch mal eine runde dranhängen und zwar an cut denn jetzt suchen wir ja jungle gehen wir gerade rein dann könnt ihr auch sehen welches kind ich mir aussuche und zwar die katze die katze sollte auch bekannt sein macht mit der hand so viel schaden dass sie einen ohne rüstung 4 hits gibt und naja aber was noch sie kriegt wenn sie in rohlen fisch ist 20 sekunden lang speed 4 4 und 4 ist so ein effekt mit vier da kann mit dem kann ich richtig umgehen gut umgehen ich habe in der kurzen zeit noch nicht mein texture pack wechseln lassen mal während der aufnahme ist nicht wirklich sinnvoll und nun ja dann fängt es gleich an mit der nächsten runde die goldapfel habe ich nicht bekommen scheiße egal wo aufs land ausland nein hauptsache zurückgepackt werden okay egal fünf eisen das heißt ich kann mir schon mal ein eisenswert machen das ist sehr schön irgendwie tue ich denken dass du in dieser ist plusch teppich ich merke ich glaube ich tue diesen plusch teppich weil er hat gerade wirklich viele erfahrungsflächen weggeworfen und ein wizard zu töten ist eigentlich das geilste was passieren kann außer dass du dich mit den direktschadensträmpf tränken oftmals selber weg haust es ist schon lust nicht mit den direktschaden sondern mit dem vergiftungsträmpf die machen einfach so viel schaden und jetzt brauche ich hunger und dann beginnt auch schon die rambo action der ist ein angsthase oder zielsucher ich hab's doch gewusst dass ein wizard ist scheiße hat er echt gut gemacht schade hat er mich wirklich hart weg ja und egal zum blend nächste chance für die katze ihren tribut zu bekommen und wir sehen uns nach einem kleinen cut so und das sind wir wieder nach dem kurzen cut ich bin wieder das kit cut und zwar auf dieser map das ist endergames ja das erkläre ich dir jetzt nicht weil ich gecheckt man bin aber das muss man eben das kann man beruhen lassen warum ich gecheckt mannt wurde kennt jeder ja scheiß system nein ich gehe noch nicht dran ich hole mir noch die kiste nee die kiste ist nämlich weg hole ich mir noch die kiste die kiste für den endermen 15 pfeile das ist nicht schlecht und jetzt bauen wir erstmal ein bisschen holz ab das mache ich egal sollten wir noch schaffen mit dem kraften ja schaffen wir in diesen verbleibenden 10 sekunden wartet mal kurz aufnahme wir rennen jetzt erstmal hier weg ganz geschmeidig essen dann unsere fische und kriegen unseren speed buff so gefällt es mir der ist außerhalb der reichweite den ich auch diesen typen jawohl so und dich hole ich mir jetzt und sterb wohl holzfäller der hat auch manchmal noch keine intelligenz gehabt weil als holzfäller weil als holzfäller habe ich wenigstens das sind hau den weg hau den weg hau den weg jawoll läuft was geht denn ab leute und du bist auch gleich tot ein herz ein fucking herz leute leute das ist gerade abnormal krass oh gott die katze ist einfach so ein starkes kid nein das darf nicht wahr sein das ist nicht wahr das ist nicht wahr meine diabrost ich hatte sie doch schon in den fingern jetzt machte er sich meine diabrost jetzt machte er sich meine diabrost die junge schön geworfen egal ich gehe jetzt auf die suche nach dem nächsten opfer meiner opfer ja black ape ist wieder in der runde schön nicht schlecht gefällt mir der junge ist jetzt geht es auf zum nächsten gegner ich muss ihn auf freies feld locken und mal gucken ob die sich jetzt bekämpfen kämpft euch leute kämpfen die sich sah ganz so aus oder etwa doch nicht der hat die bessere rüstung jetzt habe ich noch einen überraschungseffekt und die kombo jetzt sieht es aber nicht mehr so gut aus nein 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 was scheiße egal leute es war eine schöne runde natürlich ich hätte drauf gehen sollen aber egal bis dann dann wenn es zur nächsten folge und wenn es euch gefallen hat dann gebt doch wieder einen daumen hoch da oder lasst ein abo da vielen dank dann